so freunde das wird richtig geil so jetzt ist schon wieder dunkel jetzt müssen wir natürlich aufpassen hier weil ansonsten werden wir gleich angegriffen und ich sehe auch schon creeper und ich sehe schon wieder mein gott freunde ich sehe schon wieder ganz viele monster wir müssen uns ganz schnell mal irgendwie retten habe ich ein bett bei freunde die zerfetzen uns doch alles aber hier können sie gerne zerfetzen das machen wir also freunde so viel erstmal zu der geschichte die wir jetzt hier gemacht haben ihr habt jetzt eine vorstellung und jetzt kommen wir zu der bauplanung weil da müssen wir jetzt auch ein bisschen was machen warte mal erstmal gehe ich mal kurz irgendwie hier mal so außenrum weil ich will nicht dass die uns hier unsere schönen sachen kaputt machen deswegen versuche ich mich mal jetzt hier irgendwie so ich habe leider kein bett bei dass ich mich mal hier irgendwie so in sicherheit bringe irgendwie mal zu unserem bett retten tue immer kurz noch was essen sicher ist sicher und genau so mal kurz die klinge in der hand nehmen soll jetzt mal versuchen dass wir uns hier mal so sicher einigermaßen sicher was das da sind es gelettet ok die sind mir egal bisschen rüstung haben wir ja um und hier ist auch schon der weg das ist gut ich habe nur ein bisschen schiss vor creepern der rest interessiert mich eigentlich nicht bei creeper ist immer so unangenehm machen kaputt bauaufsichtsbehörde ja egal freunde was sagt ihr schreibt in die kommentare ist es nicht mega fett also das ist doch mal richtig cool wir haben auf jeden fall jetzt so wirklich zeit gespart also wir haben wirklich so einiges an zeit dazu gewonnen die wir verplempert haben mit sand holen mit terraforming mit abholzen wieder sand holen schmelzen und 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 haben ja wirklich viel viel rum gedaddelt und jetzt haben wir das wirklich so einigermaßen in den griff bekommen so das war wieder ein bisschen zeit eingespart haben finde ich auf jeden fall cool und so kann das gerne weitergehen so jetzt gucke ich mal kurz wie sieht die rüstung aus sie sieht gut aus ich sehe schon ich habe goldschuhe hier drin und ich habe hier so ein paar alte steinspitzhacken die können wir gleich noch abnudeln ich habe fackeln ich habe ein bisschen essen und das bedeutet was machen wir gehen natürlich in den nether weil wir machen jetzt bauplanung so was ich noch mal ganz kurz noch mal kurz hier schauen nicht dass ich aus versehen das bild noch drin habe nie das habe ich nicht drin das ist gut die erste folge müsste jetzt auch eigentlich im kasten sein das heißt die erste folge war jetzt eine reine let's show folge die 220 jetzt sind wir in der 221 und das bedeutet wir gehen jetzt in den nether meine lieben ja weil wir haben jetzt einiges zu tun kurz noch mal zusammengefasst als fazit was was wollen wir jetzt machen ja wir werden jetzt folgendes machen also erstmal nether gehen und wir werden jetzt das ist ja das was wir machen müssen wir müssen jetzt alles was außerhalb dieser schlucht ist also der zweiten schlucht der ganze boden muss ausgetauscht werden das heißt hier das muss alles weg die ganze die ganzen grasblöcke die müssen weg wir müssen überall netherrack machen basalt machen cobblestone machen deep slate machen und das ganze möglichst düster wir brauchen viel lava wir brauchen viel lava wir brauchen viel dunkles holz black stone also wir haben eine richtige freunde das wird monate dauern bis wir das hier alles gemacht haben klar mit world edit ist das ganze in 15 minuten erledigt aber so haben wir wirklich richtig krass wir müssen das alles austauschen wir müssen höhlen machen wir müssen frei zorn abstecken also komm komm lange rede kurzer sinn wir machen richtig workflow jetzt wir gehen jetzt hier mal so richtig rein in die materie und boah und jetzt rumpeln war mal los hier ne also ab geht da der peter ab in den nether würde ich sagen und vor allen dingen im nether können auch gleich ein paar sachen erledigen vielleicht schaffen wir das im januar oder februar auch dann uns mal um den wizard zu kümmern das ist ja auch noch irgendwie auf der to-do liste drauf dass wir uns auch mal den ersten den ersten boss gegner uns mal so mal uns irgendwie mal so drum kümmern um den um den wizard ich bin mega zufrieden freund ich bin wirklich mega zufrieden weil guck mal wenn du jetzt hier so lang gehst ne also der talent fighter da oben okay der ist noch ich würde dem am liebsten abreißen leute ich bin ehrlich ich würde den am liebsten man weiß man erkennt das was es ist aber ich habe einfach kein bock mehr an dem ding rum zu bauen ich würde am liebsten alles abreißen und noch mal von vorne bauen weil der ist irgendwie der windschweiler das ist okay aber ich weiß nicht ist es sowieso turm alles gut aber da oben das ding ich weiß nicht keine ahnung ja aber hier so kommen da hinten siehst du es auch wie das leuchtet und wenn da die freize und da hinten steht das muss so so awesome aussehen das ist so geil jetzt wissen wir das müssen wir machen freunde ich wollte ja eigentlich hier oben erst mal so hier eternia den palast bauen so da mit prince adam sein garten und so aber ich bin jetzt so auf horde ich bin wirklich richtig auf horde jetzt ja dass ich gesagt habe nee komm das müssen wir jetzt machen also da gibt es gar keinen anderen weg wir müssen das jetzt machen und aus dem grund ganz klar ab in den nether so klar man hätte auch die wilde horde jetzt da ich sag immer wilde horde hieß die so oder hieß die böse horde ich wisse ja nicht so genau ach guck mal hier sind ja so ja oh den brauchen wir den pilz der ist wichtig den werde ich mir gleich mal hier so reinlegen so und schuhe haben wir sogar zweimal sehe ich gut dann tausche ich die mal aus dass die uns in ruhe lassen und nicht angreifen die lassen wir hier haben wir übrigens netherrack also wenn alles hier in dieser ding sammeln wir werden das erstmal alles hier so reinpacken erster step freunde ist würde ich sagen netherrack boah da hier die wildschweine kriegst du dir an mir drei stück die zerfetzen ein richtig die zerfetzen ein zum glück ist hier der pilz ich werde den mal in die hand nehmen die haben nämlich angst vor dem pilz und wow also dass er mal richtig hier so ich hoffe die lassen uns alle in ruhe der baum ist immer noch nicht gewachsen ok die kommen angerannt also ich glaube so lange wie wir den pilz hier haben es kann sein dass die uns jetzt auch gleich zerfetzen aber schlachtet der die jetzt ab oder was tatsächlich der schlachtet die aber das ist ja cool der hilft mir den haben sie aber gerade eben richtig auf wenn ich jetzt hier hingehe passiert was die lassen mich ja wohl ne weil die angst vor dem pilz haben ok so lassen wir den pilz mal hier so was will ich jetzt machen also ich würde ganz gerne was ist es da oben ich kann es gar nicht richtig erkennen also das ist das auch was ne ich würde ganz gerne so ein bisschen freunde so nutzwert orientiert farmen weil ich will hier so an unserer base ganz gerne hier unten so eine plattform haben wo ich an dieses strider hier an heißt nicht strider ja ich glaube schon da so rankomme das war so meine grundidee ja zeigt mal kann man das hier machen ja hier unten so das wäre doch toll dann würde ich nämlich dieses ganze ding hier mal am liebsten abreißen wollen also ich werde jetzt mal hier so diesen pilz hier mal so hin platzieren ach ich kann den hier gar nicht platzieren muss ich den jetzt in der hand halten dann muss ich das wahrscheinlich so machen ok da muss ich den wahrscheinlich so halten dass sie uns dann ruhe lassen also versuchen wir mal unser glück und hoffen dass sie uns nicht angreifen der dürfte uns nichts tun und ich werde jetzt erst mal netherrack fahren weil den brauchen wir auf jeden fall geht gut los geht ja schon gut los warum ist denn da lava drin ja das ist ja das ist ja traumhaft ist ja noch mehr lava drin tatsächlich also ich würde sagen wir gehen mal woanders hin das ist ein bisschen blöd da oder wir gehen von oben vielleicht kommt wir versuchen es mal von oben wie sieht es hier aus ok hier geht gut aus das sieht auch gut aus so dann versuchen wir mal hier oben vielleicht haben jetzt habe ich das mal voll den lavasäge gemacht das tut mir voll leid ich hoffe mal nicht ich werde das mal so machen dass wir das mal irgendwie vielleicht schließen können ich werde die lava mal versuchen zu schließen also hier sieht sehr gut aus so ok hier sieht auch noch gut aus mal gucken wo die herkommt die kommt von da ich habe auch leider keine kann man das hier nicht ah ja so jetzt müsste die eigentlich weg gehen perfekt so und jetzt muss man gleich gucken ob die hier auch noch mal raus fließt da sind jetzt endermänner ok wenn wir gleich sehen ob die hier auch raus fließt die fließt hier nämlich im nether falls ihr das noch nicht wisst die fließt hier ein bisschen schneller als an der oberwelt so in der hölle ist die wirklich ein bisschen ja suboptimaler deswegen immer schön abstand halten und aufpassen dass dann keiner in die lava rein schubst weil die halt doch ein bisschen schneller fließen tut so das sieht aber gut aus hier und jetzt werden wir hier wirklich so einen tunnel bauen einfach einfach schon wieder schrocken ich glaube gold dürfen wir nicht abbauen oder nicht gold kann ich sowieso nicht abbauen weil ich habe nur eine steinspitzhacke ich wollte erstmal die steinspitzhacken verbrauchen die habe ich nämlich mitgenommen als ich da unterwegs war bei meiner bootstour aber guck mal das geht ja doch recht recht weit also das hat doch eine ganze menge hier was wir haben sehe ich so gerade oh oh da schon wieder oh da schon wieder die nächste lava wo geht die denn hin oh die geht aber ziemlich tief hier okay ne lassen wir mal ne ich würde sagen die lassen wir mal schön in ruhe da die gefällt uns nicht die lassen wir mal so sieht cool aus kann vielleicht ein bisschen glas hin machen oder so wir kümmern die da hinten gucken schon so was ich mit dem mit ihrem gold mache hier die leprechaun so genau genau das meine ich und wenn du hier keine feuerschutz drin hast kann das ganz schnell böse ausgehen vornigen hier guck mal die haben mich blockiert so aber das überleben wir ich brenne ich brenne ich bin feuer und flamme freunde so also ihr seht das ist sehr sehr gefährlich im nether das ist so wirklich wenn man da ich bin schon fast am überlegen ob wir uns die rüstung holen mit feuerschutz da haben wir ein bisschen mehr ruhe aber ist nicht schlimm komm das kriegen wir angriff hier ich mache hier wieder zu so dann ist das schon mal weg hier machen wir zu da machen wir mal kurz zu so dann können wir uns hier nicht bewegen und hier machen wir auch zu ich glaube das kam da aus der richtung raus ja so da müssen wir jetzt ein bisschen vorsichtig sein mit dem was wir tun schau mal ob hier oben das können wir auch noch mal kurz kontrollieren aber nee da ist nichts da ist nix okay dann kann man den weg nehmen und manchmal ist es sinnvoll hier dann so zu machen ok die ist kaputt ja ich glaube der kann weg ja da kann wieder weg so aber hier sieht ja ist das mal soweit c4 also hier dürfte jetzt eigentlich keine lava sein eigentlich so wie wir nehmen wir denn mit also wir brauchen wirklich eine ganze menge wir müssen da die ganze gras blöcke da im prinzip hallo die müssen wir im prinzip abbauen also austauschen also da haben wir wirklich ein bisschen programm so können wir hier tiefer gehen das ist die nächste frage die ich hätte ich versuche es mal ja das sieht noch gut aus das sieht gut aus ok versuchen wir mal hier so ein bisschen tiefer zu gehen mein gott macht mich da nicht so nervös ja was ist denn sonst noch so passiert fröhlich hier verteidigen jensen tage gemacht ja freundlich war fleißig am arbeiten und ja da war ich wirklich wieder richtig fleißig gewesen natürlich ist ja klar und deswegen hatte ich natürlich jetzt nicht so viel zeit für minecraft also sowas adventskalender auf upsala und auch hier haben wir ein kleines problem was war das neun wir sterben wir sterben wir sterben aber ist nicht so schlimm weil hier sind wir safe okay wir sind gestorben aber ist nicht so schlimm weil ich hatte weder was ist denn da passiert ist da was explodiert war an was bin ich denn jetzt gestorben eigentlich an einem creeper oder was das hat doch so geknallt oder was war denn da jetzt los habe ich jetzt gar nicht mitbekommen was da los war freunde wir gehen jetzt mal kurz in den nässer holen unser staff und danach gehen wir noch mal zurück und ich hole mir jetzt eine feuerresistenz das ist mir zu blöd da im nässer ehrlich das ist hier wenn du da auf hart spielst ist das immer so eine sache ich bin voll voll jetzt haben wir oh gott oh gott oh gott oh gott jetzt haben wir hier wirklich voll ein problem weil jetzt habe ich aber gar nichts hier drin ich bin ja völlig nackig hier der water cave crafter ist nackig der wievielte tot ist denn das ist der zweite glaube ich ne das ist der erste ne der zweite ich glaube wir sind schon mal gestorben müsste man sich mal angucken die tode werden wir vielleicht mal so eine jahresstatistik machen im januar im januar haben wir angefangen dann machen wir mal ein jahr mal gucken wie viele tode wir haben jetzt bin ich da gestorben jetzt hat das so geknallt so wie ob das ein creeper war ich habe keine ahnung aber wir machen uns jetzt erstmal eine fette rüstung weil ansonsten hat das wirklich wenig nährwert aber wenn das ein creeper war wie ist denn der da reingekommen weil ich bin ja irgendwie bin ich ja da in die in diese dings da rein geraten ich hoffe nur ich habe meine Warte mal ganz kurz die müssen wir uns anziehen ansonsten haben jetzt gleich ein problem dann kommen wir nicht mehr zu unserem staff so die sind weg ok und da liegen unsere sachen so was ist hier passiert was ist denn hier passiert hier liegen blöcke rum da liegt noch was okay das habe ich alles wieder bekommen das ist schon mal gut so an was bin ich da jetzt geschehen ein gast freundin das war ein gast das war ein gast gewesen der hat aber mal sowas von das war kein creeper das war ein gast aber wie hat der mich denn hier drin erreicht da ist er da ist er noch da ist er noch da ist er der schwimmt an der lava unten drin rum jetzt da ist er das ist der feind gewesen ich habe den nicht gesehen der hat mich von hinten hat ja hier so eine feuerkugel abgeschossen und alles klar jetzt erklärt es einiges also hier müssen wir auf jeden fall zu machen ich dachte nämlich kann auch kein creeper sein ja das hätte mich ja jetzt auch gewundert so guck mal die hat sogar aufgehalten aber der pilz ist weg der pilz ist weg und der helm ist weg sehe ich gerade die müssen wir gleich mal suchen wo der helm ist den helm haben sie uns auch gemopst so wie viel haben wir denn von den dingern okay wir haben schon ein paar sticks ja ist ja schon wieder hier krass alter ich werde bekloppt ich will meinen helm haben ich wollte meinen helm haben ist ja auch nicht schon wieder alter jetzt reicht es mir immer mit euch ihr mit der lava wussten hier was zum zumachen was ist denn da immer so viel lava hier kam aber auch ein pech heute mit der lava hey mach mal weg so hier zu machen hallo ey ne hör auf hier alter ach das sind die boah der kampf gegen die lava ist jetzt jucheln aber jetzt hör doch mal auf hier jetzt reicht es mensch aufhören schluss hier nicht gut so zu machen oh mein gott hey garst lava was ist denn hier hallo so weg da mit dir so ich hole mir jetzt feuerschutz freunde es ist mir scheißegal wir holen jetzt den feuerschutz da bin ich halt ne pussy aber ich hole mir jetzt da oben ist er ey ey der zerbombt uns ich brauche ein bier ja ich hab kein bier ey scheiße gut der helm ist weg und mein pilz ist weg weil den pilz den brauche ich ja wenn ich mich vor diesen wildschwein da verteidigen will aber warum ist denn der nether so schwer geworden ey das gibt es doch gar nicht doch bei roller so ist hier mein durch zufall ist hier noch mein 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 da oben ist der pilz geil so jetzt brauche ich nur noch mal hier ist auch noch was so wie sieht es denn aus mit meinem helm wo ist mein helm mein helm ist kaputt gegangen ich glaube mein helm ist kaputt der helm ist kaputt da habe ich was auf den helm gekriegt der ist weg so boah ist eine action hier so viel action hatten wir schon lange nicht ich meine die fresse ne so gut also erstmal zurück boah ok wir haben unseren stuff wieder das war eh nicht so teuer also davon mal abgesehen so das lassen wir gleich mal hier das muss ich gar nicht jedes mal wieder neu mitschleppen hier das ist ja wirklich furchtbar deswegen lasse ich das jetzt gleich mal hier den pilz lasse ich auch hier das nehmen wir jetzt mal sofort mit da reicht mir ein stack das lassen wir hier das lassen wir auch hier so gut und jetzt erstmal zurück da werden wir uns jetzt eine truhe bauen da packen wir sowieso alles rein und dann holen wir uns jetzt erstmal feuerresistenz dass wir da erstmal so ja unsere ruhe haben ich bin fast am überlegen ob wir für nether uns wirklich eine ich guck mal wieviel dias wir haben ob sich wirklich eine dia rüstung lohnt das problem ist nämlich was wir jetzt haben wir haben natürlich keine level zum verzaubern wäre natürlich schön level 30 dann müsste man aber erst wieder spinnenfarmen gehen um da wieder irgendwie levels hochzuleveln wäre das eine option bin ich fast am überlegen freunde ob das eine gute idee ist ist das eine gute idee oder eine schlechte idee ja wir können natürlich auch sofort anfangen zu bauen wir haben ja viel viel lieber wenn wir sofort anfangen zu bauen dann würde ich jetzt nämlich schön hier erstmal schon mal austauschen weißt du was das mache ich auch komm wir testen das mal wie das aussieht jetzt habe ich ja gerade ich habe gerade so schön viele stacks hierbei von den von dem coolen netherrack hier komm wir gucken mal wie das aussieht einfach mal so weil was können ja so wo fangen wir an neben dem motorlock seiner hülle nee wir machen das hier hinten so also die frightzone beziehungsweise der gesamte district der soll ja hier irgendwie so anfangen also so in dieser linie hier so ne da kommen übrigens steinstelzen hin also ich würde mal so vorschlagen den lassen wir mal hier so stehen einfach mal so basalt also wir tauschen das einfach mal so aus jetzt werden wir das mal hier so nehmen moment hier so und dann tauschen wir das mal hier schon mal so ein bisschen aus jetzt werden wir das mal hier so mal wegnehmen so mal so hier so genau und dann machen wir erstmal so ein rand und dann gucken wir mal wie das aussieht und später müssen wir das auch wieder austauschen dann kommt dann noch basalt hin und noch ein bisschen anderes zeug so ne da müssen wir mal gucken wie wir das bauen das ist so ein bisschen nach hölle aussieht so machen wir mal hier schön wegnehmen das ist so ein bisschen 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 Untertitelung des ZDF, 2020